Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir ja hier den Quest begonnen, die Erstürmung der feste Virak. Und wir sollen jetzt hier mit Schreitet in Asche, ich komme immer noch nicht auf die Namen klar, aber Schreitet in Asche sprechen und da bin ich eben oft ganz schnell die drei Schritte rüber gelaufen, habe den Ladeskrieg in uns ausgespart und wir machen hier direkt weiter. Zum Große. Jo, Tag. Da steht sie schon. Ich habe einige unserer fähigsten Kämpfer hier versammelt. Wir sind bereit, die Feste zu infiltrieren, sobald der Weg frei ist. Ihr seid ideal für meinen Plan, mein Freund. Was ist euer Plan? Mein Urahn war ein mächtiger Schamane. Er hat an mich die uralte Formel für ein Elixier weitergegeben, dass es Reisenden erlaubt, in der Anderswelt zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten zu wandeln. Es wirkt auf all jene, die schon im Einklang mit den jenseitigen Reichen stehen. Und ihr glaubt, ich bin bereits mit ihnen im Einklang? Ihr seid anders. Das muss euch doch bewusst sein. Ihr seid nicht völlig bei uns, nicht wahr? Das macht euch zum perfekten Empfänger des Elixiers. Setzt das Elixier ein, um die Katakomben unter der feste Virak zu durchqueren. Findet die Tür, öffnet den Weg und beendet diese Belagerung. Ihr wollt, dass ich das Elixier trinke? Ja, trinkt es. Dann werdet ihr dorthin gehen können, wohin ich nicht gehen kann. Natürlich werden euch nicht alle in der Anderswelt willkommen heißen. Der Kontakt mit dem Jenseits könnte unangenehm sein. Also geht allen Wesen aus dem Weg, die ihr dort seht. Viel Glück. Na, danke schön. Na ja, den Kopp. Reingeschlürft. 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 Okay. Los, hau ab. Jetzt kriege ich wieder an die Fresse. Ich brech ins Essen. Tja, wäre schön, wenn es gehen würde. Er öffnet die Tür. Naja. So. Ich werde in der Mitte hier, glaube ich, ein paar Szenen rausschneiden müssen. Beziehungsweise, wenn ihr es seht, ist das schon rausgeschnitten. Der Quest scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Man darf in dieser komischen Geistesgestalt nicht zu nah an die Tür ran. Also da wird es einen harten Schnitt geben, sodass wir nur einen Durchgang davon sehen. Aber der Tipp ist, nicht zu nah an die Tür ran zu gehen. Wie Aale durch Seegras. Wir sind im Inneren. Gut gemacht. Meine Truppen stoßen bereits in den Haupthof der Feste vor. Die Feste ist also unser. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ohne Verstärkung werden diese Truppen nicht mehr lange durchhalten. Und ich bin überzeugt, dass Serin sich nicht kampflos ergeben wird. Die eigentliche Schlacht hat gerade erst begonnen. Es wird höchste Zeit, General Serin zu erledigen und seinen Abscheulichkeiten ein Ende zu setzen. Dann werden wir die feste Virak für den Pakt zurückgewinnen. Holgun und Tanwal haben die Truppen der Nord- und der Dunkelelfen mobil gemacht. Sie warten nur noch auf das Signal, dass die Tore entriegelt wurden. Sobald die Tore entriegelt wurden, solltet ihr im Turm der Burg nach Serin suchen. Wir glauben, dass er sich dort verkrochen hat, um seine Zauberbücher zu lesen. Blut für den Pakt. Ich werde die Tore entriegeln und General Serin suchen. Wir müssen die Tore entriegeln. Okay. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen dahin. Aber ist ja lustig. Also der Quest war... Ich habe es jetzt in den Versuchen gesehen, dass da sehr viele der Leute auch wieder in menschlicher Gestalt zurückgerannt sind. Also das ist mir nicht als einzigen passiert. Das ist wohl doch verbuggt. Wie, hallo? Ja, selber hallo. So, wo müssen wir hin? Entriegelt das Südtor. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir uns hier so durchmogeln können. Ne, können wir glaube ich nicht. Na, ne. Na, ne. So, was bist du für einer? Du bist... ein guter. Ja. Wir warten auf euch im gesicherten Bereich. So im Großen. Für den Pakt. Na. So. Weiter geht's. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Jetzt haben wir natürlich... Ach, er hat die Aggro gezogen. Na. Ja. 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 So, wie machen wir es? Das sind gleich zwei. Erstmal den Magier. So, dann hoch. Ach, bin mir erschrocken. Vielleicht können wir hier so ein bisschen dann vorbei. Nö, können wir nicht. Und da sind es auch noch zwei Bogenschützen. So, aber jetzt. Hier so durch die Mitte. Hervorragende Arbeit. Kommt so schreitet in Asche und Nier, wenn ihr soweit seid. So, mach ich. Rutschen. Dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Ahornstab. So, wo müssen wir denn hin? Da drüben. Nix dahinter verstecken. So, und hinein in die gute Stube. Mal kurz nach dem General gucken. Zu spät. Ihr kommt zu spät. Geht es euch gut, Solderhard? Wo ist General Serien? Er ist weg. Dieser Milchtrinker hat an uns herum experimentiert. Wollte uns zu einem Teil seiner untoten Legionen machen. Er hat sie verwandelt. Mich hat er auch verwandelt. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Was kann ich tun? Zu spät. Ich sterbe. Dann kehre ich wieder. Serien hat etwas vor. Ein nekromantisches Ritual. Geht und haltet ihn auf. Ihr müsst der Sache ein Ende machen. Dann verbrennt mein Tagebuch mit einer Kerze. Das Feuer erledigt den Rest. Los. Lebt wohl. So, Tagebuch. Da ist es. Nehmen wir schon mal die Kerze. Wollen wir jetzt noch wüssten, wo das Tagebuch ist? Dann raus aus dem Turm. So. Dann sprechen wir mal. Naja, da wird einem wieder zugejubelt hier. Der Hof ist sicher. Der Pakt hat wieder die Kontrolle über die feste Virak. Doch General Serien lebt noch. Wo ist er? Er wird für vieles gerade stehen müssen. General Serien befindet sich im Anwesen. Er verhandelt... Ne, er verwandelt Soldaten in Zombies. Dieser General ist ein Ungeheuer. Ich danke euch, Soldat. Wir werden dafür sorgen, dass die Toten in Frieden ruhen. Wir dürfen nicht zulassen, dass General Serien sein Ritual zu Ende führt. Darin und ich sind bereit, seine Schutzzauber zu bannen. Was erwartet mich hinter dem Tor? Ich werde den Schutzzauber. Die Toten werden euch begegnen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber Serien hat unsere Krieger in untote Sklaven verwandelt. Sobald der Schutzzauber gebannt ist, geht durch das Tor. Bahnt euch einen Weg zum Anwesen und stellt General Serien. Wir kommen so schnell wie möglich nach. Ich werde General Serien auslöschen. Oho. Ach ja, einfach durch den Schutzzauber laufen. Der Zauber wurde aufgehoben. Geht und findet Serien. Mach ich. Das war aber hoffentlich mehr eine Metapher. So, betretet das Anwesen. Na dann. Oh. Siehst aber gammelig aus. Na, schönen Dank. Alles über die Rüstung gereiert hier. Ist ja ekelig. So, da geht es hoch. Na, jetzt haben wir einen schönen Ladescreen. Könnte auch mal in die Comments posten, ob ich die Ladescreene nicht einfach rausschneide. Da kann man zwar, hat man so ein paar Pausen, kann so ein paar Sachen besprechen. Aber teilweise dauern die unheimlich lang. Also, das liegt nicht am Rechner. Die Schreibt-Lese-Zugriffe, die sind sehr schnell von der Platte. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht hängt das mit diesen Mega-Servern zusammen. Wenn das hier zu voll ist oder so, dass da neue Instanzen gebildet werden. Wer weiß das schon. So. Da ist eine Wache. Und da ist der General. Hm. Dann würde ich sagen... Ran an Feind. Und noch einer. Leck mich an der Tasche. Da geht er down. Jetzt halte ich mir aber erstmal raus. Die ist klar, das Ziel ist zu mächtig, dann haut ihr den mal um. Komm, ich heile euch. Hau ab. Muss ich den wohl konventionell wegknauen? Die machen ja gar keinen Schaden an dem. Vorwegen. Wir kommen nachher, wenn wir unsere Kraft wieder haben. Au. Er schlägt aber auch eine Kelle. Das wird wieder teuer. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen raggen. Das hilft nicht. So, Stückchen noch. Oh, wie sieht Ellen aus. Zweite Phase im Kampf hier. So, Stückchen noch. Okay, die Effekte der Spells, die gehen nicht bei dem. Aber immerhin nimmt er den Schaden. Na, feine Tinktur der Ausdauer. Nicht Garin! Nicht Garin! Das Dolchsturzbündnis hat mir meinen Sohn genommen. Tanwar, nein! Das Korallenherz ist zu mächtig. Nein, Holgun! Das Bündnis muss büßen! Tanwar, was habt ihr getan? Oh. Das sieht ja nach Ärger aus. Ne, aber die Kämpfe sind schon knackig. Also das gefällt mir gut. Ist nicht so einfach gemacht. Da muss man schon sehr auf seine Bewegung achten. Seine Fähigkeiten einsetzen. Das ist schon ganz interessant. Bei Shors Knochen. Tanwar ist verrückt geworden. Ich kann nicht glauben, dass er das Korallenherz genommen hat. Und Garin, verflucht sei das Schicksal. Die Wölfe kreisen uns ein, mein Freund. Warum sollte Tanwar das Korallenherz stehlen wollen? Er hat vor, es zu benutzen, um Sadal, den zweiten Bruder des Twists, zu befreien. Wir müssen ihn aufhalten. Ganz Steinfälle wird leiden, wenn Tanwar die gepeinigte Spitze für seine Pläne nutzen kann. Absolut. Trollblut. Dieser Tage kann uns alles auseinanderbringen. Was denkt ihr? Wie werden meine Werten Nord und Diagonia darauf reagieren? Wenn Tanwar noch ein magisches Ungetüm in die Aschlande beschwört, dann könnte das das Ende für den Pakt bedeuten. Wie halte ich ihn auf? Es gibt nur einen Ort, an den er gegangen sein kann. Kragenmoor. Diese Stadt ist das Tor zur gepeinigten Spitze. Um an den Schutzzaubern am Fuß des Berges vorbeizukommen, muss er mit dem Dres-Großmeister sprechen, der den Schlüssel hat. Geht und haltet ihn auf. Dann gehe ich nach Kragenmoor. Geht, mein Freund. Sorgt dafür, dass Tanwar sich nicht umbringen lässt. Ich habe heute schon so viel verloren. Okay. Jetzt sollen wir also nach Kragenmoor reisen. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Ich verlasse jetzt nur hier noch gerade die Feste. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Reist nach Kragenmoor. Im Quest die Stadt an der Spitze. Ja, wem es gefallen hat, der kann gerne Daumen hoch da lassen. Postet einfach in die Comments, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Irgendwas anders machen wollt. Keine Ahnung, was eure Wünsche und Anregungen sind. Oder auch eure Kritik. Und wer wissen will, wie es weitergeht, der kann gerne auf den Abo-Button klicken. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Und tschau.